Jetzt komm ich rinnen und sage hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Star Wars Battlefront Beta mit Manne und mit Dolly. Ja, im Menü. Ja, ich wollte darauf hinweisen, wir hatten so ein bisschen das Problem, dass wir keinen Squad gründen können. Also versuchen die Jungs noch ein bisschen nachzujoinen. Join. Ja. Also man kann sich auch einen Partner, man kann sich im Menü auch einen Partner wählen, aber irgendwie dringt auch diese Einladung zu keinem Mitspieler. Und ja, ich starte einfach mal das Spiel. Bist du da schon drinnen oder was? Ja, ja, ich bin schon dran. Mir würde irgendwie nix sagen, das heißt. Oh, ja. Oh, ich bin mittendrin. Mucka, wie lange hast du denn gewartet auf die Beta? Da, du musst Join Game. Gucken mal, da musst du auf Muckas raufgehen. Ja. Da, den. Mit Invite Your Partner. Alter, was? Aber den hab ich noch abgeschossen. Alter, crazy. Voll krass. Oh, Partnerstart. Hier, mach ich. Wo sind sie? Kann man die auch scannen und so? Nein. Natürlich. Wie hast du das denn? Kann man das irgendwie mit Third Person? Wie geht das? Hier, ich bin jetzt, also das, warte, wenn du jetzt dich beeilst, dann kommst du noch rein. Ja, wohin denn? Wo soll ich denn raufgehen? Du musst auf Muckas Ding raufklicken. Ganz oben. Auf Muckas Bildchen da oben. Und dann Join Party. Ja, da steht Invite Your Partner. Nein, rechts auf Muckas kleines Bild. Ich bin auf Muckas ein kleines Bild. Über die Party geht auch nicht mehr. Oh, hier ist ein Graben, kann sich reinlegen. Ach du Scheiße. Nein. Das ist ja gefährlich. Ach, ich mach das schon. Ich komm gleich nach. Ist das nach? Nein. Da lies da. Da lies auf anderen Seite. Ja, da sicher. Ich mach die jetzt alle. Meinst? Ich mach die jetzt alle. Klar, man geht ja. Nee. Vollgas. Ist das hier? Ich hab das aufsammelt. Ich find mich grad nicht zurecht. Ich weiß grad, wo's hingeht. Das kennen wir ja. Wir müssen... Schnauze! Ich weiß nicht. Wo bist du? Ich geh jetzt gerade irgendwo hin. Ja, Mensch. Ich kann ja dringend was mal sein. Oh, ich hab einen abgeschossen. Oh. Ja, und mir wird... Dölli, Alter. Dölli mir ein Rücken geschossen. Das ist ein blöde Sau. Das muss dein Willen sein. Du machst halt schon, Mogai. Was soll das denn heißen? Ist du krumm kommen, oder wat? Pass mal auf, du. Komm, wir gleich noch krumm. Ich kann dir aber krumm kommen, wenn du willst. Pass auf, ich glaub, das last kann. Und deine Blastkanone. Oh, jetzt, hier, Searching. Jetzt komm ich, Mogai, komm. Sehr schön. Noch sieben. Dann kommst du natürlich in die andere Seite. Ich bin bei dir auf der Seite, Alter. Ich bin bei dir auf der Seite. Echt? Fick mal Dölli weg, Alter. Ja. Nee. Oh. Noch seh ich niemanden. Ich seh das noch nicht, meine... Ich join noch. Ich join noch. Muss ich auf das Schiff da umschießen? Nee. Nein, du musst die Pots einnehmen. Das, was jetzt bei dir rot sein müsste. Ja. Alle Musik machen wir wahnsinnig, ne? Krieg. Da, da, da. Und das nimmst du nicht ein, weil wir da gerade sind, alle. Oh, einen hab ich erledigt. Ja. Alter, Mann ist auch auf der anderen Seite. Echt? Warte, echt? Da liegt man bei dir, Junge. Ich hab'n weisen Helm auf. Geil, Alter. Nee. Schwungse ging weg. Ich hab' auch einen weißen Helm auf. Ja. Sind wir auf einer Seite. Ja, und ich weiß, meine Waffe zu bedienen. Alter, jetzt sind die alle gegen mich hier. Jetzt muss ich mir was einfallen lassen. Plane the Pot. Doch so ein Atombom nicht hin. Muck, Alter. Ich hab'n weisen. Zeig' dich, Alter. Ich hab'n gesehen. Ich hab'n gesehen. Mann, wie long bist du? Ich seh' immer ne. Hab'n gesehen. Versteck' dich, alter Stein. Versteck' dich, alter Stein. Versteck' dich. Na, Mann. Du hißt das jetzt? Lehrer, da hins nennt sich. Die Schlampen. Alter. Ah, das ist jetzt eine Bitte. die Geschichte. Ganz bittere Pille. Alter, ich wollte da gerade machst dich Leute weg, ne? Ich hab so'n ... Mann, Alter, das ist so'n Scheiß im Spiel, aber das ist so'n Battlefield-Scheiß, ne? Nein, Mann, ey. Klar, du fällst um und weiß nicht, woher es kommt. Natürlich. Wie kommst du da rauf? Wie kommst du da rauf? Muss Ruhe werden. Muss Ruhe werden. Da hinten müssen wir zum nächsten Tor. Wo sei denn dann Schieß um mich? Ah, wir von hinten erschossen, ihr dummsch Wuchtel, Alter. Das kann nicht wahr sein, Mann. Alter, ich hab mir eine Empfindlichkeit zu ruhig gestellt. Echt, da schießen sie mir wirklich hier, 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 hier. Was? 40 ist genau, genau richtig, Mann. Na, ich glaub, die haben bessere Waffen als ich, ne? Kann das sein? 35. Ach, wo? War gut. Da, von wo schießt er? Ich finde, 40 ist gut, voll klar. Oh, hier ist er, hier ist er gut. Oh, und die Landschaft ist so wunderschön. Oh, mit der Nate. Was schießt denn da? Ich weiß gar nicht, wo ich hier rumrenne. Ja, die Granaten laden auch immer wieder auf, Mann. Die kommen einfach so. Mann, Alter, ich hab noch gar in seinen dicken, fetten Schädel die Chancen, Alter. Fick dich. Ach, Mann. Leichtes Ziel gewesen. Ja, der ist der Nächste. Alter, ich hab doch diese scheiß Rübe gesehen. Dolly, was war los? Ja, falsche Rechnung. Das guckt, ne? Alter, der Modus ist schreit, Alter. Ey, Dolly, du hast direkt hinter mir gespawnt. Das war so fiese, ne? Dolly, ich bin hier neben dir. Ich hab alles perfekt, ne? Wart ab, ey. Was ist das hier? Was hab ich jetzt bekommen? Oh, ne, irgendeine Bombe, Mann. Komm mal mit. Ich bin hinter dir. Also, das ist ein geilen Arsch in der Buchs, ne? Muss ich mal sagen. In der Blech büchst. Ich hab irgendeine Bombe bekommen. Mal gucken wir die mal. Zeit ist wie ihr, Junge, mein lieber Mann, Junge. Was macht das Ding? Hab ich jetzt geplant? Einen hab ich nicht. Oh, was ist denn hier jetzt passiert? Alter, das ist genau... Jo, das war... Herr mal im Flo, der Mann. Ja, ne? Das ist, glaube ich, nicht so gut, wenn du das genau vor hier zündest. War zu viel mit Eimer. Mensch, wir verlieren hier jeden Pum, ne? Alter, ich krieg nur auf den Sack hier, Alter. Wie ist das denn zu spüren? Alter, gewonnen. Juhu. Ach, fickt euch, Alter. Mucka, ich sag doch, Cheater, Alter. Ach, du ach. Alter, warte. Ich bin raus, Alter. Deinstalliert. Ich bin raus. Tschüss. Nein. Kein zu viel. Ich guck mal, ob ich euch jetzt beitreten kann. Warte mal, ich guck mal hier. Nee, bitte nicht. Bitte nicht. Bleiben, wo der Femmer wächst. Ich hab doch bloß Angst. Ha! Genau. Deshalb hab ich dich zweimal getötet und du mich einmal. Ja. Aber pass auf, du. Oh, Rang 3. Wow. Oh, ich spiel zum ersten Mal und bin schon Rang 3. Gut, ne? Hm. Ja, wird schon, wird schon. Ja, also, leichte Orientierungsprobleme, muss ich ehrlich sagen. So, jetzt musst du neu wieder Kumpels einladen, aber was. Also, das spielt eine Rolle, oder was? Nee, wieso? Du musst einfach auf Match starten. Rechts. Dann steht da Joining with Match. Ja. Ich join the Match. Friends on Server geht noch nicht. Äh. Ach, starten wir einfach. Starten wir einfach mal, gucken wir. Drop so, Mutti. Wo bin ich jetzt hier? Das ist der beschissenste Modus, weil ihr euch ausgesucht habt, ehrlich. Ja, wir spielen danach mal was anderes. So. Da geht es mir irgendein schon. Wo ist denn der Pott? Da hinten, Alter. Da hinten der Meter wieder. Ja, Joel, der Einzige, der hier umläuft. Start, Junge. Also, ich bin ne Olle, das ist schlimmer. Hey, ich auch. Ähm. Ja. Das war nix. Also, ich bin jetzt wie in so ne, in so ne Model Google. Oh, Dolly, Alter, du. Du bist gelb, Dolly. Was? Ey. Ja. Boah. Bist du Luke Skywalker? Oder bist du Lord Elmkin? Oder was bist du? Hinter dir ist einer hinter dir. Der kommt. Was vor mir? Weiß auch nicht, von wo sie kommen. Hast du bloß zugeguckt, Mann, etwa? Alter, ich kriegst schwirfen Sack. Ach, fäng dich, Alter. Piss weißen Helm auf, oder was? Restart your partner, genau. Dolly, ich bin hinter dir. Von dir. Du bist auch gelb, Mann. Ich versuche mal, mit Viereck nachzuladen. Vielleicht hinter dir. Oh, Alter, was? Dolly, Alter, ich denk, du. Was, ich? Ich hab den Nate geworfen. Also, kotzt mir jetzt schon wieder an, Alter. Der wird schon zweimal gestorben. Unnütz, ne? Toll, das ist halt immer so weit weg, irgendwie, der andere Scheiß. Nächste. Ich glaub, die gelben. Mann, Alter, nick dich, Alter, jetzt liegt's schon wieder. Die gelben sind, glaub ich, Squad-Mitglieder. Als Maulmucker, Alter, was spielst du denn hier? Laut Pupa, oder wat? Mann, äh, der ist das Ding, ja. Muck, ich guck um die Ecke jetzt, na. Hör's Maul. Das ist so blöder Hund, du. Also, jetzt ist Schluss, jetzt bin ich sauer. Der kann nicht ewig schießen. Alter, hinter uns. Ah, da, weg. Da sind ganz viele, Mann. Ach, komm, ey. Schon wieder, sind noch ein Abschießen. Alter, bringt mir jetzt schon wieder auf, ne? Ich hab die Chance. Ich hab' ne Scheiß-Waffe, Alter, kommt ja überhaupt nichts raus. Da kommt gar nichts raus. Das ist Mucka, ich hab' letztens Meatball gespielt, ne? Das ist genauso scheiße, Alter. Was hast du gespielt? Meatball. Allerdings bin ich schon wieder tot. Watt denn? Was ist denn für ein Scheiß-Modus, Alter? Ja, du musst auch abschießen, Mann. Da nehmen wir nur laufen. Halt dein Maul, Alter. Was mach' ich denn? Jetzt schon wird alles besser. Oh, ich bin schwer. Mann, Mucka, Alter. Fick dich, Alter. Das gibt's doch ja nicht. Den ersten, den ihr abschießt, ne? Selbst der Holzkopf trifft mich, Alter. Selbst der Holzkopf. Mein erster Kill gewesen hier. Mein erster Kill. Ja, mein zweiter, Mann. Tröste dich. Jetzt mal holen. Jetzt schon, Mann. Ein, zwei Runden. Das ist ne Scheiß-Runde, Alter. Das ist Mist. Dieser Modus, Alter. Das ist kacke. Wir nehmen doch mal diesen Sky-Luke-Burger, oder Luke-Sky-Burger, wie der heißt hier. Mucka, Alter, liegs am Bono, aber... Über uns. Über uns. Alter, was neben mir ist. Alter, ich hab doch gesagt, über uns. Ja, und schon was, die ersten Kämpfer, oder was, in ihr Rott-Spiel? So, ich bin dran, ich bin dran. Wo kaufst du mir hier? Warum ist das denn immer bitte? Über 100 Meter weg, sagt das mir. Wie schnitt du das, ey? Mann, Alter! Mucka, Alter! Voll auf diese dicke Rübi. Hast dich aber gut erwischt, ey. Da überlebt der. Dalli, pass auf, Mucka, Mucka-Krebel, Daumen her. Haben wir ja. Dalli? Wo bist du, Dalli? Ach, komm, ey. Scheiß, ein Deathmatch, aber was ist denn für ein Scheiß? Nein, du musst, der ist auch, steht doch, Claim-Pod. Und da musst du hin, das Ding einnehmen. Ja, gegen ihn, nee, nee, nie wieder. Völi! Ah, ich hab den nicht getroffen. Ich hab nämlich so ein komisches Rifle. Da hab ich weggeholt. Los! Sicher, Ed! Komm, mal der Lauf. Uff, dabei. Haben wir? Was, haben wir nicht? Nee, wir haben, glaube ich. Ich hab gar nichts. Mensch, von der Elend von der Kniffe. So geil, ne? Du brauchst nicht nachladen, ne? Unendlich Feuer, ey, ne? Hau raus. Nee, irgendwann überhebt der doch. Ah, den hab ich aber zurückgedrängt da oben, so. Alter, der Ficker trifft mich aus irgendeiner Scheiß-Ecke, Alter. Unser Pimp-Modus, Alter. Gibt doch ja nicht. Alter, was kostet mir an? Ehrlich. Manne geht richtig im Spiel auf. Merkst du das? Der von wo? Mucka, Alter. Der Mann. Der abgelegt, Junge. Geh schlafen, Junge. Mach das Ding aus. Mach ab, du. Hast du hier sehen, wie Headshots gemacht werden, ja? Die Spawns sind hier aber auch echt nuttig. Warum denn immer so, ah, schweig weg. Die Mannschaft... Manne! Nee, war doch nicht. Mucka, also sieht scheiße aus in der Uniform. Echt. Ich weiß, ich weiß. Alter, hinter mir. Dölli, hinter uns, hinter uns. Ja. Ein bisschen früher, bitte. Sagst du mir, ich müsste dafür auch wissen, dass du hinter mir bist, ne? Ex-Bomb, Ex-Bomb bei meinem... Na. Alter, warte. Die Fan, Alter, fickt euch, Alter. Aber wie soll ich das denn sehen? Alter, 2 zu 12, ich bin raus, Alter. Es spielt einen anderen Modus, aber nicht diesen. Echt, willst du schon aufgeben, Manne? Nee, Alter, die sind kotzt mich an, Alter. So ein Scheiß. Alter, Mucka, ja, ich muss mein Bild zeigen. Fickt euch, Alter. Wie? Nur zu lachen jetzt. Bin sauer. Du, ich kann doch nichts dafür, Mensch. Ich finde... Ne? Oh, komm, wir spielen hier diesen scheißen Deathmatch, oder was? Na, okay. Lassen wir erst mal die Runde, lassen wir mal so gelten, wir probieren mal einen anderen Modus und das seht ihr in der nächsten Folge. Bap, 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 du, wieder eine andere Folge. Ja. Von der Mann, ja, nicht so fähig, wir gönnen ihm mal eine kleine Pause, den Namen, Junge. Ja, wir sagen danke fürs Einschalten, fürs Zuschauen, lasst ein Däumchen da, Däumchen gefreutchen und... Tschüss. Tschüss.